Und moin moin, hier ist wieder Jan, Firma Nordeis, Trockeneisstrahlen. Diesmal nicht als Norddämm unterwegs. Ihr wisst ja, ich habe zwei Firmen. Auf einem Bein kann man immer schlecht stehen. Insofern, seit einigen Jahren mache ich auch das Trockeneisstrahlen, das Sandstrahlen, Graffiti-Entfernung, Steinreinigung. Heute sind wir in Hannover bei einem ganz bekannten Schleifmittelhersteller. Wir arbeiten hier oder reinigen im Auftrage eines großen Gabelstapler-Herstellers. Jetzt reinigen wir hier unter anderem mal wieder einen Hochregal-Gabelstapler, heißen die, glaube ich. Ein Flurförderfahrzeug und zwar folgendes. Schaut mal. Lecker, lecker, lecker. Alles hier versifft, verpegt. Hier wird ordentlich Marie gemacht, ordentlich Gas gegeben, wird gereinigt. Muss das mal werden hier. Durch die Produktionsstätte hier gibt es halt Verunreinigungen. Und die können wir also mit Trockeneis ganz einfach entfernen, ohne Schäden zu machen vor allem. Das zeige ich euch gleich mal. Das zeige ich euch gleich mal. Das zeige ich euch gleich mal.